Also weißt du, habe ich dir das mal erzählt. Es ist ja so, sie schafft es jetzt einfach, hat es jetzt einfach nicht mehr allein geschafft. Und darum hätte sie jetzt mich eingestellt. Ach deswegen. Ja, weißt du, ich bin jetzt praktisch ihre Vertreterin. Ich reise für sie ins Ausland, ich bin ihr Seele-Tröster und überhaupt. Das hätte ich nicht mehr gepackt, musst du dir mal vorstellen. Der Wahlkampf, Afghanistan und die ganze Zeit schreit die Bank nach irgendwelchen Geld. Ja, wie soll denn das funktionieren? Ja, aber man merkt es ja nicht so. Das ist erstaunlich. Nein, das merkt kein Mensch. Würdest du der Westerwelle merken? Auch nicht. Aber das Beste ist, du, nicht einmal Joachim merkt es. Jetzt war doch, neulich waren wir doch da, weißt du, am 3. Oktober waren wir doch in Berlin miteinander. Und dann gab es da so ein großes Buffet. Da sagt der zu mir, Mensch, Angela, is auch. Ich habe das Gefühl, da wirst du immer schlanker. Der merkt es nicht.